FBI nimmt Hedgefonds Gründer fest Neuer Finanzskandal in den USA, um rund eine Milliarde Dollar soll Hedgefondschef Mark Nordlicht Kunden betrogen haben. Nun hat das FBI den Manager festgenommen. Das FBI hat den Gründer des US-Hedgefonds plättenen Partners wegen Milliarden schwerer Betrugsverwürfe festgenommen. Mark Nordlicht stehe zusammen mit anderen Mitarbeitern des Fonds unter dem Verdacht, Kunden um rund eine Milliarde Dollar geprägt zu haben, teilte die Bundespolizei mit. Als der Fonds in eine Krise stürzte und Anleger Geld abziehen wollten, sollen Manager einige Kunden bevorzugt ausgezahlt haben. Die Vorgänge kamen bei Ermittlungen im Zusammenhang mit Vorwürfen wegen Bestechung ans Licht, in deren Folge ein Gericht auf den Cayman Islands die Auflösung der zweiführenden Plättenen Partners Fonds anordnete. Plättenen Partners verwaltete der Anklageschrift zufolge für seine Kunden einst mehr als 1,7 Milliarden Dollar. Die Firma lehnte eine Stellungnahme zu den Vorwürfen ab, der Anwalt von Firmengründer Nordlicht war nicht zu erreichen. Erreichen Der Anwalt von Firmengründer Nordlicht